Eine echte Feldküche. Die Betroffenen können wirklich jede Hilfe gebrauchen. Mirko, wie hast du das Ganze erlebt? Aber noch nicht das Ausmaß vor Augen. Sie jetzt bitten zu spenden, spenden was sie können. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Dominik und ich freue mich sehr, dass Melissa Lee neben mir ist. Damit wir direkt aber auch mal reinkommen und unser Publikum begrüßen können. Wer bist du? Was machst du? Ja, hallo, schön, dass ihr jetzt da seid. Genau, ich heiße Melissa, viele kennen mich vielleicht von Yumtamtam, da koche ich dreimal die Woche und ansonsten auf meinem eigenen Kanal, Reading Unicorns, Bofil gebastelt und ansonsten bin ich in meinem Atelier und mache Klamotten, und ich bin mindestens genauso excited hier zu sein wie Dominik Praschen. Hey! Ja, mein Name ist Dominik, ich komme aus Köln und bin selber in Erftstadt groß geworden. Das ist ja auch heute eben ein Ort, den wir thematisieren werden. Ich moderiere bei der Film Lounge und Film Fabrik, das sind zwei YouTube Film Formate und freue mich aber eben mit positiver Energie heute dafür zu sorgen, dass wir im besten Fall sehr viele spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. sammeln können. So ist es. Aber wir sind nicht nur zu zweit im Studio, denn neben uns sitzt Graf Sauna. Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Das freut mich. Sie sind Vorstand von den Maltesern? Ich bin genau, ich bin Vorstand bei den Maltesern, einer der großen Organisationen, die im Moment überall im Einsatz sind, um den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen und wir wollen hier heute gemeinsam mal drauf schauen, was das eigentlich heißt, wie so eine Hilfe ausschauen kann und wir brauchen dafür Spenden. Man sieht zwar immer die Bilder in den Nachrichten und liest vielleicht mal einen Tweet auf Twitter, aber Menschen vor Ort von den Maltesern haben für uns gefilmt, wie es dort aussieht und das sehen wir jetzt. Also ich habe schon viele Krisenherde in der ganzen Welt gesehen, insbesondere im nicht-europäischen Ausland. Was hier eine Zerstörung und eine unglaubliche Katastrophe ausgebrochen ist, habe ich zum ersten Mal so verheerend erlebt, dass die Kraft des fließenden Wassers reißt alles mit sich. Gerade hier in den Tälern, wo das so verengt ist und mit so viel Druck kommt, halten Häuser nicht stand, halten Bäume nicht stand, halten Straßen nicht stand, Eisenbahnschienen nicht. Das ist schon eine ganz besondere Qualität. Es ist noch viel, viel Arbeit notwendig, es ist viel Hilfe nötig. Die Menschen sind sehr dankbar, dass wir hier sind, freuen sich sehr, dass wir da sind und eine viel helfende Hand bitter nötig. Berührt hat mich die Katastrophe an sich, wenn man durch unsere Stadt hier läuft, hier ist nichts mehr wie es mal war. Hier liegen Trümmer, hier sind Existenzen, die ganze Einkaufsstraße bei uns ist ein Trümmerhaufen. Der Einzelhandel liegt hier komplett am Boden und die schiere Verzweiflung der Bewohner der Stadt ist sehr bedrückend. Wir haben hier eine außergewöhnliche Situation und eine außergewöhnliche Belastung für alle Beteiligten erfahren, aber gleichzeitig auch so viel Zuwendung, Liebe, Zuneigung und schlicht Hilfe. Das anpacken, das machen, nicht das drüber reden, sondern Leute, die anpacken und helfen hier den Karren wieder aus dem Mist zu ziehen, um es salopp zu sein. Und wo Spenden benötigt werden, das haben wir euch angekündigt, möchten wir euch heute zeigen. So zum Beispiel auch die Region im Aretal in Rheinland-Pfalz, die mit am heftigsten auch von dieser Katastrophe betroffen sind. Ein Weinbaugebiet. Und normalerweise sind die Menschen dort sogar Hochwasser gewohnt. Aber eben in diesem Ausmaß, was am 14. und am 15. Juli dort passiert ist, das hat sich einfach keiner vorstellen können. Ja, ich stehe jetzt hier in Maischoss vor der ältesten Winstergenossenschaft der Welt. 150 Jahre, ist sie alt. Ich war hier schon oft gewesen und jetzt guckt euch das mal an. Sie ist total zerstört, total zerstört. Das sieht aus wie nach einem Bombenangriff und es war einfach nur Wasser. Da kann man nichts zu sagen. Da kann man nichts zu sagen. Das ist verrückt, dass Wasser so viel Scheiße macht. Unglaublich, ne? Schlimmer als Feuer. Du kannst halt das Wasser nicht aufhalten. Das Wasser ist halt innerhalb von einer Stunde, vier Meter, fünf Meter gestiegen. Du kannst doch nicht darauf vorbereiten. Ich werde Nachbarn verlieren. Nicht durch die Katastrophe, jetzt direkt betroffen, durch Tod oder Verletzung, sondern die werden wegziehen. Die Struktur des Ortes wird sich gravierend verändern. Und das möchte ich im Grunde nicht. Also da wird auch noch was auf uns zukommen. Schwieriger wird es wahrscheinlich auch, wenn die Flut an Helfern nicht mehr da ist. Da muss man erstmal durchatmen. Allerdings. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch aus der Heimat wiederum mitbekomme. Gerade der Ort Blessem, wo alles weggerutscht ist. Dass man sich eigentlich die Frage stellt, wie lebt man dann dort? Weil man weiß, das kann passieren. Kann man auch angstfrei wieder in so einem Ort. Ja, sehr bewegend. Hier sehen wir auch einmal diesen kompletten Landstrich. Dass man wirklich sieht, das ist wie so eine Schneise. Hier ist also direkt einmal Köln, Erft, von wem wir eben gesprochen haben. Ein bisschen außerhalb davon Eschweiler. Aber man sieht direkt, dass wirklich hier so in einem Gebiet, das hier runter ins Ahrtal geht, Altenahr, Maischoss, Bad Neuenahr. Dass eben genau hier diese Situation am prekärsten gewesen ist. Wir freuen uns, dass unser Kollege Rehn draußen am Außen-Set tätig ist. Und was er da für uns vorbereitet hat, das wird er uns jetzt hoffentlich zeigen. Damit auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo Christian und Christian. Ihr macht mir das echt einfach. Hi Christian. Hallo. Und noch ein Christian. Grüß euch. So eine Katastrophe, wie es jetzt da gerade ist, ist ja jetzt nicht jede Woche so. Aber wie oft hast du solche ähnlichen Situationen schon erlebt? Das ist das erste Mal. Das erste Mal. Wie viele Stunden steht man dann da? Doch, das ist unterschiedlich. Aber 10-12 Stunden hat man ganz schnell auf dem Puckel. Und das ist ehrenamtlich, Leute. Das ist wirklich ehrenamtlich. Christian, zu dir. Wir stehen jetzt hier vor so einer Feldküche. Und wie viele kann man hier so verpflegen? Also klar, diese klassische Gulaschsuppe, Erbsensuppe, kann man hier ungefähr 600 Portionen kochen. Wenn man jetzt schon mehr Topfgericht macht, wie wir heute Abend machen, dann so 250 bis 300. Was gibt's denn zu essen? Putengeschnetzeltes mit Spätzle. Und dann sehen wir im Hintergrund auch noch einen Gerätewagen, wo wir uns mal genau anschauen, was ist da alles drin, worauf muss man achten. Aber das erfahrt ihr alles später, wenn ihr dran bleibt. Und deshalb erst einmal wieder zurück ins Studio. Ren, vielen Dank. Das war tatsächlich sehr interessant. Und viele Sachen, die ich vorher nicht wusste. Aber dass es natürlich auch Essen geben muss, ist ja klar. Es ist ein unterschätzter und selten gesehener Dienst eigentlich. Aber es ist das Rückgrat aller Einsätze. Denn ohne Mampf, kein Mampf. So ist es. Da ist immer auch Liebe dabei. Und das merkt man einfach bei unseren Helfern. Die machen das wirklich mit Liebe. Sehr, sehr, sehr schöne Worte. Wir haben ihm schon angekündigt, dass wir zahlreiche Gäste haben und wir uns so freuen, dass wir so viele Unterstützende gefunden haben. Und den ersten haben wir jetzt auch direkt bei uns live in der Sendung. Mirko, wie hast du das Ganze erlebt und wo warst du, als es passiert ist? Hallo euch. Ich habe das wie die meisten in den Medien mitbekommen. Ich habe erstmal einzelne Bilder gesehen, die bei Twitter geteilt wurden, einzelne Videos und dachte, okay, da scheint was los zu sein. Hatte aber noch nicht das Ausmaß vor Augen. Jetzt schauen wir heute vor allem auf die Gegenwart. Wie erlebst du jetzt selber die Nachrichten so knapp zwei Wochen nach der Katastrophe, in denen die Auswirkungen gefühlt eigentlich stündlich erst so richtig deutlich werden? Ja, stimmt. Und ich glaube, es wird auch noch einige Wochen dauern, wenn nicht sogar Monate bis klar ist, was das alles bewirkt hat, was da kaputt gegangen ist, wie viele Menschenleben das auch gekostet hat. Und ich bekomme gerade mit und das freut mich sehr, dass es ein unglaublich großes Engagement gibt, was die Hilfe angeht. Das wäre auch mein Wunsch, dass also die Hilfe, auch die Spenden einen längeren Zeitraum anhalten. Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es ist ganz wundervoll zu sehen, wie viele Menschen an uns heute denken und wer auch an uns gedacht hat und ein paar Worte loswerden möchte, das sehen wir jetzt. Jede Spende hilft und zwar jetzt. Denn die Spätfolgen, die kommen jetzt auch wirklich erst zu Tage, was jetzt alles zerstört ist, was wieder neu aufgebaut werden muss. Und es sind unsere Mitbürger in Deutschland und die brauchen jetzt unsere Hilfe. Also macht mit. Hallo, mein Name ist Florian Weber. Ich bin Fernsehmoderator und ich bin sehr stolz darauf, dass ich mitmachen kann bei der Aktion der Malteser. Hashtag Proud to Help. Große Teile von Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen sind durch dieses schwere Unwetter stark getroffen worden. Die Menschen dort haben ihr Hab und Gut verloren und brauchen eure Hilfe. Spendet! Hallo an alle, die den Malteser Charity Livestream gerade anschauen. Ich hoffe, wir sammeln alle zusammen so viel Geld, wie es nur geht. Jetzt geht es ganz konkret ums Spenden. Helft diesen Leuten. Wir müssen jetzt unsere Solidarität zeigen und dafür spenden. Also macht das. Ab an den Geldbeutel oder ans Konto und spenden. Vielen Dank. Auch ich unterstütze die Aktion der Malteser Deutschland Proud to Help für die Opfer in den Hochwassergebieten. Ich finde, es ist aktuell wichtiger denn je zu helfen. Wir müssen uns miteinander solidarisieren, weil das, was in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz passiert ist, kann überall passieren. Vor allem im Jahr 2021. Ich rufe auch meine Community über Starcook, TikTok, Facebook und Insta auf, mitzuhelfen und zu spenden. Die Flutkatastrophe ist noch lange nicht vorbei. Jetzt geht es erst richtig los, deswegen weiterhin spenden. Sei dabei bei der Proud to Help-Aktion der Malteser, denn hier kannst du sofort unterstützen. Also, jeder Cent hilft, spendet. Ich denke, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist riesig und die können wir nur gemeinsam bewältigen. Deshalb meine Bitte, spendet reichlich. Im Rheinland sagen wir immer, es soll rascheln und ich klimper. Die Betroffenen können wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, spendet jetzt. Meine Gedanken sind bei all den Familien, die gerade dabei sind, alles zu verlieren. Aber auch bei all den fleißigen und tapferen, mutigen Helfern, die vor Ort sind und versuchen, das Schlimmste abzuwenden. Und deshalb möchte ich Sie jetzt bitten, zu spenden. Spenden, was Sie können. Es muss nicht viel sein. Alles hilft. Und die Menschen werden es Ihnen danken. Und ich auch. Wir haben hier so einen Fernseher stehen. Ihr seht das nicht. Und da kriegen wir Botschaften drauf und auch eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und dort stand eben 12.000 Euro. Und wir waren alle schon so, oh mein Gott. Und dann wurde das aber so gelöscht. Und ich so, oh Gott, nein, das war eine Falschmeldung. Und dann wurden aus 12.000 Euro einfach 14.500 Euro. Und ihr da draußen seid so, 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 so krass. Vielen, vielen Dank. Das ist einmal die Petra und das ist die Nieves. Hallo. Nieves, hallo. Also, da ich ja vorhin schon von der Community von StarCook gesprochen habe, haben wir natürlich auch dort gesammelt. Da sind wir echt besonders stolz und dankbar. Wir haben 500 Euro. Das ist wirklich Community und tatsächliche Hilfe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Das heißt, schon mal 500 Euro mehr im Pott. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und damit gebe ich jetzt erstmal wieder ab zu Dominik und Melissa. Wir freuen uns über die 500 Euro. Voll. Mega. Herzlichen Dank für diese Spende. Und falls ihr sagt, hey, ich würde sagen, ich spende jetzt einfach mal 150 Euro und ich hätte dafür aber gerne einen Shoutout, dann machen wir beide das super gerne für euch. Ich würde sogar aufstehen und ein bisschen tanzen. Also, was genau passiert denn dann mit den Geldspenden? Also, zunächst brauchen wir jetzt in dieser Akuthilfe eben Aggregate, um die Luftfeuchtigkeit aus den Häusern zu ziehen. Wir brauchen Geld für das Essen, das wir dort hinbringen. Das ist die akute Notfallphase. Und dann kommt die eben langfristige Wiederaufbaufase. Und da ist es so, dass die Häuser, die jetzt zerstört wurden, die sind, wenn sie versichert waren, werden sie von der Versicherung bezahlt. Da kann es aber sein, dass das eine Zeit lang hinzieht. Das heißt, wir können in die Vorfinanzierung gehen und kriegen dann das Geld von der Versicherung zurück über die eben Hauseigentümer. Dann kommen wir ins Spiel und helfen mit dem, was es dann noch braucht. Und das machen wir mit Hilfe einer Bedürftigkeitsprüfung. Da müssen die Steuerunterlagen vorgelegt werden. Also, das kriegen dann wirklich nur die Leute, die das auch wirklich brauchen. Und in diesen drei Stufen funktioniert das. Und dafür brauchen wir halt die Spenden, weil wir gesehen haben, wie viel zerstört das. Und da braucht es einfach wirklich viel, viel Geld. Jedes Mal, wenn man die Bilder sieht, man ist doch immer wieder einfach angefasst. Und ich habe eine Sache gehört, das hat jemand gesagt, Menschen schmeißen hier ihr Leben weg. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass eben dieses Hochwasser nicht nur sich in den Kellern abgespielt hat, wie das sonst war, sondern in einem Erdgeschoss und im ersten Stock. Und da sind immer die Wohnzimmer und die Schlafzimmer mit allen Erinnerungen, mit Fotoalben, mit Garnituren, die man gerade gebraucht hat. Und das muss jetzt alles weggeschmissen werden. Kann mir jemand sagen, wie die Situation in Walpotsheim, Bad Neuner-Ahrweiler ist? Ich bekomme keinen Kontakt zu meiner Mutter. Habt nur gehört, dass das ganze Dorf unter Wasser steht und alle Häuser überschwemmt sind. Ja, ich habe dann natürlich, nachdem die Nachricht von meinem Neffen kam, dass die Oma bei ihm ist, habe ich natürlich in dem Moment sofort bei Facebook den Post losgesetzt, dass wir sie haben, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht. Jeder, der diese Bilder gesehen hat oder in irgendeiner Form das Ganze erlebt hat, braucht mit Sicherheit psychologische Unterstützung. Man kann es sich in abstrakter Art und Weise nicht vorstellen, wenn man nicht diese persönlichen und konkreten Bilder sehen würde. Und jemand anders hat auch geschrieben, ich bin so gerührt und hoffe, dass die Unterstützung lange anhalten wird. Das hoffen wir auch. Absolut. Du hast nämlich im Vorfeld ein Interview geführt mit einem Seelsorger. Er ist eigentlich Theologe. Er heißt Marco Limberger und ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch verlief. Was ist denn eigentlich so die richtige Definition? Was macht ein Seelsorger? Sprich, was machst du? Wir von der Notfallseelsorge werden zu Menschen gerufen, die etwas erlebt haben, was ihren Alltag zerbrechen lässt. Also ein Ereignis, was ihre eigene Normalität zerstört, ihre Fähigkeit damit umzugehen, übersteigt. Jetzt sind viele von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nicht vor Ort. Deswegen wäre es ganz toll, wenn du gegebenenfalls mal so eindrückliche Momente oder ein paar Dinge beschreiben könntest und uns erzählen könntest, dass wir einfach überhaupt mal wissen, was passiert da gerade vor Ort und vor allen Dingen mit was wirst du und werden deine Kollegen auch konfrontiert? Mein erster Eindruck, als ich in Schleiden ankam, ist vielleicht ganz interessant. Ich fuhr in die Ortschaft rein und kam ungefähr 100 Meter bis zum ersten Verkehrskreisel. Und dann war Schluss. Ab da musste ich zu Fuß weiter zwei Kilometer bis zu der Einsatzstelle, die mir zugewiesen war. Und dann war der erste zu betreuende, der mir in die Hand lief, ein Herr, der am Flussufer, der oft gewohnt hat, die ganze Nacht auf dem Dach saß und immer Baumstämme, Autos und Tanks gegen sein Haus rumoren hörte. Und der Angst hatte, dass das Haus zusammenbricht. Er hat es geschafft, dass das Haus gut bestehen und er kommt morgens raus und sieht eine angeschwemmte, tote Person vor seiner Tür liegen. Du wirst ja auch die ganze Zeit mit Dingen, die auch du gegebenenfalls noch nie gesehen hast, auch konfrontiert. Wie schaffst du es da auch, die Balance zu halten, dass du als deine Aufgabe des Seelsorgers vor Ort bist, den Menschen helfen kannst, du aber selber auch mit diesen ganzen Eindrücken für dich stabil bleiben kannst? Wir haben das Angebot einer Supervision, also auch selber einer externen Hilfe, wo wir nochmal drüber reden können. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich in den Einsatz gehe, ziehe ich meine Rettungsdienstjag, jetzt bin ich in alten Rettungsdienstjag, nein, meine Jacke Notfallseelsorge an. Dann ist mir klar, ich bin jetzt unterwegs, um anderen Menschen beizustehen. Und wenn ich aus dem Einsatz rausgehe, schließe ich immer mit dem Gebet, um das sozusagen alles Gott nochmal anzuvertrauen. Also meine Eindrücke zu danken, wo ich helfen konnte und das rüberzugeben, wo ich nicht helfen konnte. Und dann ziehe ich die Jacke bewusst aus und lege die auf Seite, um mir klarzumachen, du bist nicht mehr in diesem Einsatz. Marco, vielen lieben Dank erst einmal für die Eindrücke zu deiner Arbeit, zu der aktuellen Situation. Auch noch einmal quasi mit aufzurufen, spendet bitte. Aber vor allen Dingen vielen lieben Dank, dass du so vielen Menschen so eine Stütze bist. Ich glaube, die sind bei dir alle sehr, sehr gut aufgehoben. Dankeschön. So ist es. Und jetzt schalten wir mal wieder raus und hören dem Renn ein bisschen zu, denn bei ihm steht sehr, sehr, sehr schweres Gerät und zwar GW-SAN. Keiner weiß, was das ist. Ihr vermutlich auch nicht, aber das werden wir jetzt lernen. Jetzt sind wir mal nicht an der Feldküche, sondern an einem Gerätewagen, der so auch im Einsatz ist. Und wir haben zwei Ehrenamtler, die uns heute ein bisschen was erzählen wollen. Wie ist das dann so? Also es ist ja ein Ehrenamt, bedeutet, du hast ja eigentlich noch einen normalen Job, beziehungsweise du studierst in diesem Fall. Wie ist das? Wird man dann kurzfristig angerufen? Ey, hast du Zeit? Also wie läuft das ab? Kriegt man auf sein Handy eine kurze Nachricht? Du musst jetzt rüber? Man kriegt auf seinem Handy dann eine Einsatzmeldung und dann, wenn man Zeit hat, dann huscht man rüber. Und eigentlich macht man das gerne mit, ich sage mal mit Herzblut, dass man da dann auch sofort sich meldet und sagt, ja, ich mache das jetzt. Das klingt doch nach einem Statement. Unter Malteser.de findet ihr da definitiv mehr Informationen zu. Dann möchte ich dir an dieser Stelle schon mal danken, weil dann möchte ich einmal zu deinem Kollegen hier weitergehen. Der steht da schon bereit. Hallo Niklas, guten Tag, das ist Niklas. Dann lass uns doch aber mal ganz kurz, dafür steht er ja hier. Das ist ja vollgepackt, das Ding. Was würdest du sagen, sind hier so die wichtigsten Elemente, die hier drin sind, die wohl so einen Wagen einfach auch ausmachen? Ja, also letztendlich haben wir alle wichtigen Mittel hier drin auf dem Fahrzeug. Das ist, wenn man es genau nimmt, vielleicht eine kleine Notaufnahme von einem kleinen Krankenhaus. Wir haben Beatmungsgeräte, EKG und Defibrillation. Wir haben ein schnelles Einsatzzelt, das in kürzester Zeit mit Luft aufgebaut ist, sodass wir auch eine trockene Umgebung haben zum Arbeiten. Jede Menge Verbandmaterial, diagnostisches Material, sodass man wirklich auch eine Maximalversorgung von den Patienten erstmal vor Ort durchführen kann. Dann möchte ich euch an dieser Stelle beiden einmal danken, auch für eure Dienste, muss man ja einfach mal so sagen. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, könnt ihr natürlich auf Malteser.de einfach mal nachschauen. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, vielleicht fahrt ihr demnächst dann auch so einen ganzen Geredewagen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wieder zurück zu Dominik und Melissa. Wir haben es eben schon einmal angeteasert, dass die Band Die Höhner ein Lied geschrieben haben. Denn Sänger Freddy Lubitz, der lebt in Köln und als er die Bilder gesehen hat, ist er auch sofort los und hat vor Ort geholfen. Und vor allen Dingen haben die Höhner ein neues Lied geschrieben, was uns gewidmet wurde. Es ist jetzt eben nicht der Proud to Help Song, aber sie haben uns ihn zur Verfügung gestellt, um jetzt die Weltpremiere zu feiern. Von Glaubst du, dass wir das schaffen für euch jetzt exklusiv? Und ich hätte vorher reinhören können, ich habe es nicht. Ich bin sehr aufgeregt, dass so eine große Band uns das hier ermöglicht. Das ist ganz fantastisch. Also, die Höhner. Ein Sommertag im Juli, der Grill ist heiß, der Himmel blau. Dann die ersten Tropfen vom Himmel und die Sonne verschwindet im Grau. Wir sind doch nicht aus Zucker, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Doch schon wenig später ist's, als ob die Erde blieb. Sag mir, dass wir es schaffen. Das Leben zieht an uns vorbei. Als es kriegt, doch wir haben keine Waffen. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Die Flut, sie kam überraschend. Der kleine Fluss, plötzlich groß wie ein Meer. Um uns herum, Zerstörung und Schreie. Die Dunkelheit beklemmt uns schwer. Wir halten uns in den Armen. Das Chaos, das blenden wir aus. Wann wird die Welle vererben? Kommen wir hier lebend raus? Sag mir, dass wir es schaffen. Das Leben zieht an uns vorbei. Als es kriegt, doch wir haben keine Waffen. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Sag mir, dass wir es schaffen. Das Leben zieht an uns vorbei. Als es kriegt, doch wir haben keine Waffen. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Ein neuer Tag, die Sonne scheint. Doch nichts ist mehr wie zuvor. Die Welt ist eine andere. Wir haben alles verloren. Das Leben zieht an uns vorbei. Als es kriegt, doch wir haben keine Waffen. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Sag mir, dass wir es schaffen. Das Leben zieht an uns vorbei. Als es kriegt, doch wir haben keine Waffen. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Das Leben zieht an uns vorbei. Und zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Ehrenamtlichen bedanken, allen Ehrenamtlichen Maltesern und deswegen war mir diese Sendung auch nochmal so wichtig, damit wir deren Arbeit auch zeigen konnten, aber auch deren Motivation und deren Professionalität und deswegen gilt euch mein großer Dank, ich denke, da spreche ich auch für euch, unser aller großer Dank, was ihr hier geleistet habt, ist wirklich sensationell und kann man schon stolz drauf sein, auch dazu zu gehören. Vielen Dank an alle, die so fleißig gespendet haben, an alle, die es möglich gemacht haben. Ihr seid awesome. Herzchen. Ja, absolut. Ich möchte gleich das Schlusswort haben, deswegen sagen wir vielleicht alle gemeinsam Danke und Tschüss. Passt auf euch auf, spendet noch einmal. Ein letzter Aufruf www.malteser.de slash jetzt minus spenden. Und das Jetzt ist höflich, aber sehr bestimmt gemeint. Also an dieser Stelle von uns allen ein Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.